Und da ist sie wieder, die Sonntagslethargie. Warum? Ich weiß es nicht. Sonntags immer. Ich komme nicht aus dem Arsch. Ich bin so... Da ist mir alle in Ruhe. Ich mag Sonntage nicht. Nicht so sehr wie Freitag nicht. Ach, ich mache eigentlich jeden Tag. Nur der Montag ist mein Lieblingstag. Aber Sonntag ist immer so... Komm doch mal her. Ich muss noch einen Akku mitnehmen. Okay. Okay, der Hund hat sich für Strand entschieden. Mir wäre Wald, glaube ich, lieber gewesen. Aber der Hund hat auch die Entscheidung. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. SCheversetzt es an es dir? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Komm, los. So, hier Kaffeeexperten. Warum soll man denn eigentlich keinen Metalllöffel nehmen, wenn man hier drinnen den Kaffee zubereitet? Sondern Holzlöffel oder Plastiklöffel. Steht jedenfalls hier so drauf. Du bist der Maus, guck hier. Ja, da ist mein Daumen. Ja. Hä? Hass. Hä? 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 Hä?